Waffenspiel 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 Mal gucken Hm Karte ist eigentlich ganz Guut aber Waffenspiel Naja eine Waffe oder zwei Waffen sind immer so Na ja Mal gucken Scheiße für den Krieg Waffenspiel Na das war bis jetzt ganz gut Wo bin ich denn jetzt hier Im Arsch der Welt Wow Das war Das habe ich nicht gekommen sehen Das war Junge das war immer ein Glückstreffer Oh Ah 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 Hä Ah 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 Ach du, ich heiße dieses Ding. Das ist so eine, wo ich sage. Oh, ging noch. Schön. Schön. Wenn wir sie bloß jetzt hier noch weiter. Wo sind sie denn alle? Ja, klar. Als ob die jetzt hier einfach mal so ganz schnell mit einem Raketenwerfer hier einen Killing gemacht haben. Na, da liegt da ein Trick. Das kann doch nicht sein. Leute, wo seid ihr? Raketenwerfer, Raketenwerfer. Das ist im Vormarsch. Druck aufrecht halten. Oh, das war... War jetzt hier ein Schrotfilter, oder? Nur eine Pistole. Miss, da nehmen, da nehmen. Ich habe ihn noch... Ich habe ihn noch gerade getroffen, oder? Oder was war das eben gerade? Ich habe ihn noch eben gerade erstoffen. Es stand doch erstoffen. Warum habe ich mich nicht gewöhnt? Geht doch. Ja, ja, das letzte war jetzt hier nochmal. Ja, ja, ja. Ja, dann drei war da nebengeworfen. Na, ja. Naja, Abschlüsse 19, da. Einer ist dazugekommen, ja. Na gut, haben wir es geschafft. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.